Der Katalog ist frei zugänglich und auf unserer Homepage verlinkt. Für deine Recherche stehen dir verschiedene Suchfelder zur Verfügung. Weiter unten hast du die Möglichkeit deine Suche auf einen Dokumenttyp einzuschränken, zum Beispiel wenn du gezielt nach einer bestimmten Zeitschrift suchst. In deiner Suchanfrage erhältst du zwei verschiedene Trefferlisten. In der Liste Kataloge sind nur die Medien der Unibib enthalten. In der Liste Aufsätze und mehr findest du die unterschiedlichsten Dokumenttypen aus einer Vielzahl externer Datenquellen. Dort findest du auch Zeitschriftenartikel. Diese Treffer sind nur zum Teil an der Unibib verfügbar. Mit den Filtern kannst du die Treffermenge weiter einschränken. Die Symbole zeigen an, um welchen Dokumenttyp es sich bei dem Treffer handelt. Bei gedruckten Büchern ist oft ein Inhaltsverzeichnis oder Abstract verlinkt, das dir bei der Vorauswahl helfen kann. Indem du einen Treffer anklickst, erhältst du weitere Informationen zum Buch. Weiter unten siehst du, wie viele Exemplare des Buches wir haben und wo sie stehen. Wenn du das Buch ausleihen möchtest, notierst du dir die Signatur. Nur damit findest du das Buch im Lesesaal. Unter Wegweiser Standort findest du die Lagepläne. Dort kannst du vor Ort nachsehen, wo das Buch ungefähr steht. Ist das Buch in einer Teilbibliothek, kannst du dich auf der Homepage über die Öffnungszeiten und Ausleihbedingungen informieren. Nicht alle Teilbibliotheken bieten eine Ausleihe an. Sieh dir auch den Ausleihstatus des Buches an. Ausleihbare Bücher stehen in den Lesesaalen. Du kannst sie an den Ausleihautomaten auf dein Konto verbuchen und mitnehmen. Entliehene Bücher kannst du unter Das möchte ich haben vormerken, also reservieren. Dadurch ist sichergestellt, dass du das Buch direkt als nächstes ausleihen kannst, sobald es wieder zurückgegeben wurde. Hast du eine E-Mail-Adresse in deinem Bibliothekskonto hinterlegt, dann informieren wir dich, sobald das Buch zur Ausleihe bereit liegt. Nicht ausleihbare Bücher können nur in unseren Lesesaalen genutzt werden. Bestellbare Bücher stehen in unseren Magazinen. Wir holen die Bücher von dort und legen sie für euch bereit. Bücher mit dem Status frei, andere Zweigstelle, sind in einer Teilbibliothek aufgestellt, die eine Ausleihe anbietet. Sind die Bücher der Teilbibliothek im Präsenzbestand, sind sie nicht ausleihbar. Dann steht bei dem Status Teilbibliotheksbestand. Informiere dich in diesem Fall bei der Teilbibliothek über die Ausleihbedingungen. Der Permalink ist ein dauerhafter Link, mit dem du einzelne Treffer nachträglich schnell wieder aufrufen kannst. Wenn du eine Frage zu einem Buch hast, kannst du gerne den Permalink mit angeben. Auch ganze Trefferlisten kannst du dir später über den Permalink erneut anzeigen lassen. Um die Trefferliste langfristig zu speichern, kannst du Merklisten erstellen, zum Beispiel zum Thema deiner Seminararbeit. Dazu musst du in deinem Bibliothekskonto angemeldet sein. Die UB-Nummer findest du auf deinem Bibliotheksausweis. Das vorhin gestellte Passwort ist dein Geburtsdatum in sechsstelliger Form. Bestimme einen Namen für deine Merkliste. Wähle die entsprechenden Medien dazu aus und speichere dann alles ab. Du hast ein relevantes Buch im Hinterkopf, das wir noch nicht im Bestand haben? Dann kannst du uns das Buch zum Kauf vorschlagen. Du hast dein Buch nach längerer Suche nicht im Regal gefunden? Dann melde es uns über das Vermisst-Formular. Auch Fernleihen kannst du direkt vom Katalog aus anstoßen. Dazu mehr in unseren Fernleihvideos. Denków und Grenzen 3- sind Jestem露ende des Tabflym. Betrug und den 찰 decent aus. Invest месяnin Varianten. Ganno gucken. Was ändere zu. Wasign? Bei 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 bei. Gerakat am besten? Untertitelung des ZDF, 2020